Hi, hier ist Steffi von Fitness United. Heute möchte ich euch mal eine Warm-up-Routine vorstellen. Warm-up ist wichtig, damit eure ganzen Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder gut aufs Workout vorbereitet werden. Dafür braucht ihr lediglich den Interval-Timer, stellt ihn auf 15 Sekunden und 20 Runden. Und los geht's mit Jogging Place. Und High Knees. Und auf der Stelle springen. Und vorwärts und zurückspringen. Und von Seite zur Seite. Und springen und den Oberkörper drehen. Und Femming Twist. Und Jump Squat. Und tief und Beine heben. Und den Oberkörper lockern. Und die Seite in. 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 Und scissors. Walk into plank. Und zurück. Und dehnen. Und die Seite dehnen. Abwechslung. Okay. Und die Oberschwenkel. Und die andere Seite. Und die andere Seite. Und den Oberkörper noch einmal lockern. Und streckt eure Arme. Dehnt die Unterarme und den Bizeps. Und die Arme hinter dem Körper verschränken und nach oben ziehen, um den Brustmuskel ein bisschen zu dehnen. Das war's auch schon. Nimm mal einen Ruhm ab. Dann sehen wir uns gleich beim Workout. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017